Ja, erstmal herzlich willkommen und schön, dass Sie zugeschaltet haben. Heute, Sie sehen, keine Begrüßung zum Modern Koi-Blog, sondern ganz neutral. Und erstmal hoffe ich, dass Sie ein paar geruhsame Weihnachtsfeiertage hatten. Und heute geht es ganz kurz um unsere Weihnachtsaktion, die wir gesmasht haben, die, wie mir gestern aufgefallen ist, mit völlig falschen Werten an den Start ging. Zum Beispiel haben die ganzen Tozai-Futter, waren nicht reduziert, so wie geplant. Wir hatten unsere 10 und 20 Kilo, also die Großabnehmer-Mengen, waren auch nicht weiter vom Preis her rabattiert. Und von daher wollte ich mich dafür ganz kurz entschuldigen. Ich will mich natürlich vor allem bei den Kunden entschuldigen, die jetzt trotz des hohen Preises trotzdem bestellt haben, weil sie vielleicht unsere Bücher oder die Futterkelle haben wollten. Kann hier aber alle, die jetzt schon ihre Bestellung getätigt haben, soweit beruhigen. Wir werden jetzt ein Programm drüber laufen lassen, also unser Programmierer Sebastian hat ein kleines Programm geschrieben, wo er jetzt alle Bestellungen kurz herauszieht, wo zu viel bezahlt wurde. Und wir würden Ihnen dann diesen Wert in Form von KKP auf Ihr Konishi-Konto überweisen. Das ist wie Bargeld. 1 Euro sind 33 Konishi-Koi-Points. Also wenn Sie jetzt 10 Euro zu viel bezahlt haben, bekommen Sie 333 Konishi-Koi-Points auf Ihr Konto überwiesen. Dafür möchten wir uns entschuldigen und möchten Ihnen gleichzeitig sagen, ab heute sind die richtigen Werte online, also die richtigen Preise sind online. Klicken Sie bei uns im Shop auf Futterangebote und dann sehen Sie alles, was wir vom Preis her reduziert haben. Das Futter ist ganz frisch reingekommen. Wer auf meiner privaten Facebook-Seite, Martin Kammer, der unterwegs ist, der hat gesehen, am Tag vor Heiligabend habe ich noch eine Palette Black Label da draußen umgeworfen. Also da haben wir eine Riesenmenge an Futter von Hocovid aus der Schweiz geliefert bekommen. Und alles andere bleibt gleich. Ab 60 Euro können Sie sich als Weihnachtsgeschenk die Futterkelle aussuchen. Ab 80 Euro unser Teichenmanagementbuch, das wir zu Weihnachten an unsere Online-Kunden bereits verschenkt haben. Und ab 130 Euro das neue Modern Koi-Varietätenbuch. So, jetzt wünsche ich Ihnen schöne Tage zwischen den Tagen und dann natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. und alles Gute und danke für Ihr Verständnis und nochmal Entschuldigung, dass das nicht auf Anhieb geklappt hat. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020